Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Krypto, okay, meine Lieben, und heute schauen wir uns mal kurz wieder den Bitcoin-Chart an. Schon längere Kanäle Analyse gemacht, aber Bitcoin hat uns gestern doch ein bisschen an den Streich gespielt. Viele Leute sind ja auch extrem schnell short gegangen, über Nacht, ja, hat ja kurz mal die 29.100 ein bisschen was angetippt, aufgrund eines wichtigeren Levels, wollten wir es ja so nennen, und hat sich den 30k wieder zurückerobert. Ich habe auch gerade einen kleinen Trade in die Alerts-Gruppe in Telegram hineingepostet, aufgrund dessen, dass wir die Möglichkeit haben bei Bitcoin, im 1-Stunden-Chart, aufgrund eines Ausbruches, damit wir hier einen Long eingehen könnten, weil wir Support unter uns haben, weil wir einen Retest aus der Resistance hatten, und wenn wir das halten, haben wir die Möglichkeit auf einen kleinen Pump. Mich würde es nicht wundern, wenn wir noch einmal ein bisschen weiter pumpen. Gesamt gesehen, muss ich aber ehrlich sagen, bin ich eher bearish gestimmt. Warum, weshalb, zeige ich euch auch gleich. Es ist einfach diese glasklare Divergence, die wir aktuell am Tageschart haben. Ich tue auch gar nicht lange herum. Wir gehen hier hinein in Screen Monitoring. Ich mache das noch einmal ein bisschen kleiner. Wir gehen hier auf den Preischart. Das heißt, egal, ob ich jetzt die Kerzen heiß nehme, ja, vom Preis her, oder die Closest, es würde auf beides super hinpassen, weil wir haben diesen steigenden Preis, wir haben aber gleichzeitig hier diesen fallenden RSI, plus, was wir noch haben, den eindeutig auch fallenden MACD. Und das ist eben eine glasklare, also ich könnte sie gar nicht besser am Chart sichtbar sein, Divergence, die vermutlich oder sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgespielt wird. Weil ich kann mich nicht erinnern, wenn die letzte Divergence, die so wunderbar klar am Chart war, nicht ausgespielt wurde. Deswegen eher so auf Long Term gesehen jetzt über die nächste Zeit, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn wir noch einmal ein bisschen pumpen. Das heißt, wenn wir vielleicht wirklich noch einmal darauf testen, so das 31.1, vielleicht sogar ein bisschen höher, sollten wir diese Highs mitnehmen. Das kann ja sein, dass wir sagen, okay, wir nehmen nicht die Kerze zum Schluss, sondern unser nächstes High wird darauf sein, dann sind wir irgendwo bei der 31.7, 31.8. Was ich so sehen würde jetzt von der Divergence her, schauen wir uns dann aber auch gleich ein mit Support und Resistance. Und, dass wir dann erst nach unten gehen. Aber eine Korrektur ist laut der Divergence auf jeden Fall nötig. So, wie sieht es aber jetzt aus mit dem Trade, was ich vorhin gesagt habe, was eine Möglichkeit gibt? Schauen wir uns gleich an. Ich bin gespannt, wie es auch jetzt aussieht. Also ich lösche das mal hier raus. Ein-Stunden-Chart, obwohl wir im Ein-Stunden-Chart eigentlich in einem wahnsinnig überverkauften, naja, es ist gar nicht so überverkauft, aber in einem doch, also wir sind im 80er-Bereich, haben wir angetippt, 75er-Bereich eigentlich beim RSI, also es geht eigentlich. Wir haben doch noch ein bisschen Luft nach oben. Also wir sind schon überverkauft, das muss ich schon sagen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wir hier nochmal nach oben gehen und diese Linie antippen. Weil, und das zeige ich euch, und es schaut so aus, als würde das wirklich ausgespielt werden. Sorry für dieses Herum-Scrollen. Aber wir nehmen jetzt diese Linie hier und sehen uns das mal an. Das war hier ein Widerstand, den wir hatten, den wir angetestet haben. Einmal, da sind wir durchgebrochen und sie sind hier eigentlich wunderschön. Ihr seht hier den Retest. Wir haben mit der zweiten Kertz jetzt nochmal retestet. Also ich habe es, wie ich es in die Gruppe geschrieben habe, war der Chart, also war der Preis gerade hier unten. Und dass wir hier die Möglichkeit haben auf einen Ausbruch. Warum? Weshalb? Weil wir gleichzeitig hier diese Support-Zone auch darunter haben. Das Problem ist nur, dass wir hier eine Resistance-Zone haben. Trotzdem habe ich das reingepostet, dass wir einen kleinen kurzen Trade hier machen können. Wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit bis 30,4 beziehungsweise bis 30,5,70 wieder, also so wie es wir hier hatten, dass der Preis nochmal hingeht. Aber 30,4 könnte ich hier wirklich nochmal sehen. Und das wäre dann doch eben, je nach Hebel, aber einfach nur preistechnisch, wenn wir jetzt eingestiegen sind, 0,9%, 10x-Hebel zum Beispiel 9%, die man sich auf die Schnelle mitnehmen könnte. Oder hier einfach 50% raus, Stop-Loss, Break-Even und dann schauen, was weiter passiert. Also wunderbare Möglichkeit gerade, was hier eigentlich geschieht. Genau, dann wären wir mal hier. Was wollte ich euch noch zeigen als nächstes? Höhere Time-Frame, wenn wir hineinschauen. Also es gibt ein paar, er zeigt das hier eh auch schon. Aber wenn wir, ja, das möchte ich auch sagen, sollten wir hier wirklich diese 30,5 irgendwas nochmal überschreiten, würde es mich wirklich nicht wundern, wenn wir dann nochmal weiter in der Höhe pumpen. Wir sehen hier nämlich, da muss ich wieder hier hin, im Tageschart haben wir ja tatsächlich so die 31,9 in etwa. Also unser letztes größeres Level ist in etwa in diesem Bereich. Man sieht das hier jetzt auf Support und Resistance nicht, aber ich habe hier noch etwas. Da sieht man das dann nochmal sehr gut. Da sind unsere letzten Highs, ja, knapp 32. Vor allem, muss ich euch sagen, sehr cooler Indikator. Order Block Detector von Luxe. Der zeigt uns jetzt auch nochmal hier an, wie viel Widerstand uns hier erwarten wird, bevor wir da eigentlich darüber weiter pumpen. Sollte das passieren, ihr seht hier, wir haben ja wirklich viel Luft. Ist jetzt natürlich nicht nur, was der Indikator uns sagt, sondern die, nein, natürlich der Fixed Range, sondern auch nicht den VPVR, der ist jetzt so, genau, den meine ich. Ihr seht hier, was ich meine, sollten wir diesen Bereich hier überschreiten, den ich gerade genannt habe, dann hätten wir, okay, da gibt es dann mal wirklich viel Luft. Das ist auch das, was eben der Order Block Detector hier sagt. Wenn wir das hier überschreiten, dann ist ja wirklich viel Luft, was die 38 angeht. Sehe ich aber noch als sehr, sehr, sehr starke Zukunftsmusik, weil wir hier noch ein paar Möglichkeiten haben oder wahrscheinlich diese auch ausgespielt werden, dass wir hier unten nochmal ein bisschen was abholen. Und wie weit, werden wir aber noch sehen. Das ist jetzt eigentlich nur mal so dieses kurze Update. Ihr seht hier, Bitcoin versucht es vom Volumen-Profile hier durchzubrechen, schafft es aber leider nicht ganz. Schafft es wirklich leider nicht ganz. Ich meine, ich sage nicht, leider, für mich ist es recht, ich kann vielleicht nochmal billiger nachkaufen. Aber das ist eben das wichtige Level jetzt, ich sehe es jetzt 36625 in etwa, wo dieses Volumen liegt, wo wir eigentlich darüber müssen, damit wir Platz hätten. Und dann sehe ich den nächsten Widerstand auf jeden Fall einmal zwischen 31 568 und 32 150, außer Bitcoin sagt einfach, okay, mir ist alles egal und wir gehen jetzt irgendwo hin. Aber aufgrund der Divergence, die ich ja gerade gesagt habe, sehe ich hier eher wirklich den Preis, hier vielleicht jetzt nochmal so nach oben gehen und danach nach unten dampen. Wie weit ist er dir wirklich fraglich? Aber dieser Bereich, könnt ihr mir vorstellen, die ca. 25k, das wir nochmal antesten.